Akt 2-1, der Weg. Wir können ja nicht schneller laufen. Ihr könnt es ja schneller vorspulen. Gibt doch nichts, was ich euch irgendwie erzählen kann. Außer ich, wenn meine Stimme fast weg ist. Und es mich annervt, dass die Aufnahmen alle nicht immer funktionieren. Was ist da los? Die Probleme gehabt, direkt auf der Xbox aufzunehmen. Auf einmal haben wir die Probleme. Wir halten uns dann hier rechts. Wir können auch theoretisch darüber gehen. Wir gehen rechts. Wir folgen dem Pfad der Verwüstung. Immer weiter folgen. Und ich kann es euch sagen, gleich wird es richtig wild. Ohne will, ob ich das alles nochmal wieder hingebacken kriege, was da gleich alles verlangt wird. Hui. Schön ist es hier. Schön. Schön. Ich bin mir fast falsch gegangen. Also hier, wir kommen hier entlang. Durch den Bogen. Und dann hier rechts. Komplett geradeaus. Einfach hier geradeaus halten. Gibt auch eigentlich gar keine andere Möglichkeit hier rechts links. Wir können einfach nur in diese Richtung. Wir können einfach nur in diese Richtung. da sind wir. Wir sind wie so ein Mord. Wir folgen immer dem Licht nach. Immer dem Licht nach. Ich würde so gerne sprinten. Vielleicht geht es das. Und ich habe es noch nicht herausgefunden. Und das wäre natürlich richtig peinlich. Und das wäre natürlich richtig peinlich. Wie. Und mir graut es auch eigentlich davor schon wieder. Und ich gerade schon ein paar Mal fast verzweifelt bin. Hier gehen wir direkt dann rum. Und ähm. Ähm. Ja. Oh Mann. Was ist da los? Ähm. Sorry. Hier. Ähm. Ja. Erwarten uns tolle Dinge. Gut. Äh. Ich sag mal einfach. Wir sehen uns dann vielleicht gleich wieder. Tööö. Töööö.